Wir müssen auch nur zweimal hinfahren, das ist schon mal gut. Aber es gibt ja dann immer noch zwei Gebiete, die freigeschaltet werden. Es sieht also doch ganz stark danach aus, dass wir nächste Woche doch nochmal eine Session machen. Ich glaube, das schaffen wir doch noch nicht. Ich glaube, das ist schon mal eine Session. Ich glaube, das ist schon mal eine Session. Das ging doch relativ flott. Bei direkter Schwindelstein! Das war Faszin Nummer 3. Sehr pünktlich. Toller, die Waldfee! Tschüss! Ich denke nicht, dass du heute noch jemanden umfährst. Leider. Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Aber noch sind wir nicht am Ende. Noch sind wir nicht am Ende. Wir gucken auch erst mal, was die nächste Mission noch bringt. Kann ja auch sein, dass die nächste Mission auch fix geht. Dann würden wir die auch noch machen. Beziehungsweise, ich könnte hier mal gucken, was vielleicht noch ansteht, wenn ich was finde. Der Alfonso schon wieder, nee. Man kennt ihn. Doch, du bist am Ende. Ab heute. Endstation! Okay, hier haben wir schon Stufe 2. Und es reicht. Nice. 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 In der Zwischenzeit haben wir eine andere Aufgabe bekommen. Wir sollen das Wissenschaftsministerium mit dem Rathaus verbinden. Dies wäre auch eine gute Gelegenheit, die Anbindung von Kerststadt an den öffentlichen Nahverkehr zu verbessern. Kerststadt auf 3! Alter! Für die Wissenschaft! Ähm, ich google mal ganz kurz. Ich google mal kurz, wie viel jetzt noch ansteht. Ähm, 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 ähm. Warte mal. Wo kann ich das am besten sehen? Moment. Da gibt es doch bestimmt was. Was? Dachte ich. Ah, das wäre ich. Ähm, wo hat er was getaggt? Bin ich jetzt blind? Ja. Einen Moment, wir haben das gleich. Ja. Ah, da ist nicht alles mit drin. Äh, wie hieß die Quest jetzt nochmal? Für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft. Bus Simulator 21. Das sollte relativ fix gehen. Eigentlich. Das kommt danach. Okay, wir müssen auf jeden Fall noch CNG-Busse dann kaufen. Und ein Elektro-Bus. Warte mal. Eins, zwei. Drei. Äh, danach gibt es nur noch drei Missionen. Danach gibt es nur noch drei Missionen. Kommt ein Ende entgegen, ja. Aber es ist halt die Frage, ob wir das heute jetzt noch schnell schaffen. Also ich meine, das hier kann ich jetzt zack, zack, schnell machen. Zwei. Aber Kehrstadt auf Stufe drei, das ist schon eine andere Hausnummer. Wobei, das dürfte jetzt eigentlich auch zack, zack gehen. Wir müssen ja nur ein paar Runden fahren, ne? Ja, das ist gleich auf Level drei. So, zack, zack. Das ging mal hin. Also die Quest machen wir auf jeden Fall noch. Das machen wir auf jeden Fall noch. So, Route. Kann man ganz kurz hier ändern. Wirtschaftsministerium, wo ist das? Oh, Flughafen ist jetzt auch schon frei. Aber muss nicht verbunden werden. Ja. Ne, Hügelstraße. Ja. Das brauchen wir. Wir brauchen Rathaus. Hauptbahnhof. Zopp. Und dann nehmen wir irgendwas noch dazu und machen die zehn voll. Zack. Annehmen. Easy. So. Gute auswählen. Äh. Arbeiten. Alles wieder löschen. Gute aus. So. Oh, falsche Richtung. So, wir haben hier eine schon auf Stufe drei. Na gut, einige müssen wir zweimal abfahren, weil wir die gerade nicht gelevelt haben. Aber das ist okay. Wir kommen. Oh ja. Oh ja. Hm. Wir machen mal so. Dann würde ich sagen... Zwei in der Mitte sind halt so... Ach nee, wir brauchen nur den einen in der Mitte. Kirche. Nehmen wir den, 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 so. So fahren wir. Hier geht's los, glaube ich. Oh, ich hab's wieder vergessen. Ich bin nämlich richtig schlau. Jo. Wollte teleportieren. Let's do it. Let's do it. Das kriegen wir hin. Dann hast du jetzt nur noch drei Missionen. Genießt du die Fahrt oder fährst du lieber selbst? Ey, ich fahr jetzt selbst. Wenn man es sieht. So, es geht ja nicht um eine Zufriedenheit. Oh. Muss wenden. Okay, das kann jetzt böse enden. Muss aber nicht. Alles gut. War kein Fußgänger da. Alles gut, Chet. Alles bestens. Na, komm schon. Ein. Fisch. Oder wollt ihr nicht? Hey. Hä? Ich hab doch alle mitgenommen. Dachte ich. Ja, danach kommen also nur noch drei Quests. Und dann sind wir durch. Sorry, kurz abgelenkt. Ja. Von wem? Tschüss. Tschüss. Go, go, go. Hätte links abbiegen müssen. Scheiße. Scheiße. Wie geht's trotzdem hier an links rein? Au. Musst du nur auf die andere Seite. Easy. Easy. Wiedersehen. Tschüss. Adieu. Palim, Palim. Ketzi. Hi, Nun. Oh, das sind noch zwei. Das Hirn arbeitet nicht mehr. Ja, wenn du die ganze Zeit an mich denkst, wird es schon schwierig. Entschuldigen Sie bitte. Ich muss hier durch, danke. Oh, ich muss hier links abbiegen. Nichts passiert. Genau das. Ja, natürlich. Gut. Ah, neun Stunden fahren wir schon. Alter Schwede. Wir holen Stefan ab und dann fahren wir zum Konzert im alten Sägeberg. Im alten Sägeberg, ihr Neues. Da war nix. Da war nur so ein Paul. Oh, cool. Das ist der richtige. Tut das sehr weh. Ich mach nochmal auf. Komm lieber rein. Hoffentlich verklackt ihr mich nicht. Autschen. Einfach nur Autschen. Quatsch. Ich und zu schnell fahren? Ich doch nicht. Niemals. Ich bin genau richtig. Warte, ich setze nochmal zurück. Ja. Ja. Bitte. Wie zur Hölle fährst du? Ähm. Professionell. Upsi. Na, kommt. Let's go. Ja, du professionell so schwankst wie dein Bus gerade. Uiuiui. Hä, 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 hä. Was wirst du damit sagen? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich bin doch. Ich bin doch. Ich bin doch. ich bin die massage gebrauchen an die kommer gesundheit gesundheit ich hoffe das wird wieder so wiedersehen tschüss 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 neun stunden bus fahren und nur zwei tote das geht so nicht doch das geht so siehst du doch ein höchst professioneller busfahrer es geht so das geht so jetzt haben wir die überlandfahrt stefan ist eben beliebt ja erschreckenderweise habe ich ein flachnutz für euch die neue mitarbeiter der sitzt ja nie ist ja auch stefan richtig recht tja viel zu langsam viel zu langsam ja jetzt geht's immer wieder wach oder ja ich mach demnächst meinen sound so das hier können wir auf stufe zwei immerhin schon aber das müssen wir auch auf drei noch bringen tschüss tschüss habt ihr nicht gehört hat keiner gehört nichts habt ihr gehört hat da lüge so jetzt sind die hat doch keiner mehr zu ist schon spät schlaf male ist richtig gut so weiter im text hier ne 15 steht da dort ja siehste und keiner hat zu gehört tut gar nicht paul sind auch keine penner du schon marco du schon ich muss in diese bucht reicht so leveln 3 ich war letztes jahr auf 3 2 3 2 0 kirche 2 3 2 3 3 2 3 ähm dann können wir die rute auch noch mal anpassen wenn wir das jetzt die 2 3 3 3 3 3 oder machen wir hier raus die 1 ist doof ähm ich brauche aber trotzdem eine startposition dann machen wir die hier das wird trotzdem die startposition da teleportiere ich mich jetzt hin und fahr dann durch 3 3 3 4 3 4 4 5 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 6 5 6 5 6 6 6 7 7 9 10 11 11 12 12 12 11 15 15 15 15 Oder hab ich den falsch gesetzt? Kann auch sein. Hi. Na, tschüss. So, das ist dann schon mal drei. Hi, Retsche. Nee. Hatschi, ein Wunderschön, was geht? Meine Liebe. Ne? Also, Tutti. Auch gar nicht im Bett. Oh, yeah. Hatschi, viel, viel Dank für den Resub im sechsten Monat bereits. Danke dir für den Support und schön, dass du da bist. Keine Ahnung, wo mein Prime hin ist. Habt ihr doch letztes, ist erneut. Merkwürdig. Oh, trotzdem, vielen Dank dafür. Habt dich lieb. Wie geht's dir? Da muss ich jetzt eine kaufen. Also, wirklich. Hallo. Doch, du bist Amanda, immer noch. Hab ich dir vorhin schon gesagt, jetzt bleibst du es auch. Ja, wir sind gerade dabei, Patschi hier auf Stufe 3 zu bringen hier in der Gegend. Und läuft ganz gut. Hoffentlich müssen wir nicht noch mehr da, was zu machen. Geld gibt's auch noch, passend. Seid ihr alle drin? Nö. Ihr steigt ja erst ein, Leudy. Gubi. Das sind vier Minuten zu früh. Hallo. Lass mich durch. Hat der überhaupt ein Ticket? Jet. Jet, hat der ein Ticket? Habt ihr das gesehen? Kommt gerade aus dem VR-Stream. Mir geht's super. Wollten in eine süße, schöne, süßen, schönen Freizeitparkwelt. Und auf einmal waren wir in einem Horrorhaus. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich glaube, der hat kein Ticket. Der hat kein Ticket. War aber super lustig. Immerhin. Ja, ich gebe schon Gummi. Bin eh fünf Minuten zu früh. Kannst du den mal gerade schieben? Oh, klappt nicht. Jetzt habe ich noch ein anderes Auto vor mir. Bin aber auch gruselig. Ich habe viel geschrien. Und am Zepplerstreifen nicht bremst. Doch. Da wird gebremst. Wieso behauptet hier jeder, ich sei schuld, dass die verdorben sind? Weil es stimmt. So, wir sind da. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich hätte aber schöne Musik im Auto. Warte mal, wir können auch Musiker machen. Ja. Hallo, wieso werde ich jetzt direkt nach vorne geschoben? Komme ich jetzt hier durch? Aber so? Ja, nice. Nice. So geht das, Chat. Okay, keine Ahnung, was da war. Keine Ahnung, was das war. Okay. Keine Ahnung, was das war. Das ist schon richtig so. Wir wollten schon Level 3. Nice. Geht's nicht? Uiuiui. Fast hätte dir die Wette gewonnen. Aber nicht mit mir. Kaffee, die mocken mich. Ja, äh, du hast ja auch angefangen. Jetzt steh' ich gerade. Warte, beim Bus. Ah, nice. Nice. Das gerade ist, ja. Ich kann nur nicht aufhören zu lachen. Ja, über Marco kann man auch gut lachen. Haben wir noch Geld? Ja, locker. Das ist 800.000. Komm, wir können noch ein bisschen Schäden machen. Easy. Oh yeah. Wir sind der Padibus. Um 4 Uhr morgens. Endstation. Geschafft. Hi, Michael hier. Gute Nachrichten. Wir haben endlich die Berechtigung für die Du-Kart-Haltestelle bekommen. Domi nochmal in den Video-Team. Achso. Ja, äh, äh. Dann wünsche ich dir noch Gute Nacht, Pachi. Schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für den Sub und mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Aber nicht so toll, ne? Hab dich lieb. So, abheben. Nächste Quest. Wir müssen da gar nicht viel machen. Das ist jetzt zack, zack, erledigt. Und Kadia, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für den Support. Und pass auf dich auf. Bis zum nächsten Mal. Mach es gut. Ganz viel Liebe für dich. Und hier. Ne? Hat mir heute zu wenig. Auch ganz viel Hack. Bedien dich. Hack ist Liebe. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Gutes Nächte. Flughafen, Hauptbahnhof, Zopp. Drei Routen schnell erstellen. Komm, machen wir schnell. Ähm. Flughafen. Das haben wir gleich. Warte mal, drei gleichzeitig, ob das funktioniert. Oh, das könnte... Das könnte heikel werden. Warte mal. Welche Stufe hat das? Zwei... Kann drei Routen. Alles gut. Kriegen wir hin. Route erstellen. So. Ich habe doch das gerade ausgewählt. So. Route erstellen. Mit dieser Quest müssen wir noch nicht mal fahren. So. Elektrobus kaufen. Das haben wir auch gleich. Nehmen wir eine große Ladung. Hack mit. Ja, so ist richtig. Das ist genau so. Und vor allem. Bis zum nächsten Mal. Bis Nächte. So, dann kaufen wir uns einen Elektrobus. Ich denke, einer sollte reichen. Der heißt schon mal E. Der heißt schon mal E. Niemann den. Nichts passiert. So. Abgehackt. Bist du jetzt noch mal fertig? Ne. Ey, wir haben nur noch zwei Quests. Hartibus. Lass uns eine solche Route erstellen und die mit dem Flughafen verbinden. Dann können wir auch gleich verspätete Passagiere mitnehmen. Während du dich darum kümmerst, versuche ich die Verhandlungen für die Sonnsteinhaltestellen abzuschließen. Okay. Gut. Diese Quest braucht länger. Ah. Das ist die vorletzte Quest. Aber, Götze. Ja, ich bin jetzt völlig bei dir. Ich würde sagen, wir machen noch einen Stream. Wir schaffen das heute nicht zu Ende. Leider. Leider. Ich werde dann nur mal ganz kurz gucken, ob das jetzt auch richtig ist. Warte mal, wo hatte ich das? Ich werde nochmal ganz kurz googeln. Ob das jetzt wirklich die vorletzte ist. So. Das war für die Wissenschaft. Abheben. Ne. Da fehlt was. Da fehlt eine Quest dazwischen. Bei Partybus ist mir nämlich nicht aufgelistet gewesen. Also, wir werden auf jeden Fall noch einen Stream machen. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern. Es sind also doch nicht nur zwei Quests. Es scheinen vielleicht doch noch drei oder vier zu sein. Dann machen wir jetzt Feierabend für heute. Ich bin nämlich auch völlig durch nach neuneinhalb Stunden Bus fahren. Ist auch nachvollziehbar, ne? Gut. Dann das nächste Mal Finale. Und damit kann ich auch sagen, Montag. Ne, nicht Montag. Wir haben jetzt Montag. Dienstag Finale. Diesmal zu 99%. Ich werde noch ein bisschen was vorbereiten. Also 100% werden wir wahrscheinlich noch nicht schaffen, weil ich nicht die Zeit habe, die 1000 Kilometer im Vorfeld zu machen. Aber ich kann noch die Sammelobjekte suchen. Und ja. Dann machen wir das Spiel am Dienstag fertig. Dienstag, 19 Uhr. An dieser Stelle. Bus Simulator. Und das neue Projekt würde ich trotzdem schon mal ansetzen für nächsten Samstag. Und soll ich schon verraten? Wollt ihr wissen, was es nächsten Samstag geben wird, Neues? Ansonsten Donnerstag, 19 Uhr. Rocket League Talk. mit Marc und Christine und am Freitag Rimworld ab 19 Uhr. Und Samstag ab, ich glaube 16 Uhr habe ich geplant. Werde ich nur mal gucken, ob 16 Uhr bleibt. Starten wir mit allen DLCs und Pipapo in Graveyard Keeper. Ich freue mich schon riesig drauf. Ich habe das Spiel vor ein paar Jahren schon mal gespielt, aber nie fertig. Und schon gar nicht mit den DLCs. Graveyard Keeper. Ab nächste Woche, Samstag. Hier. Bei mir. Wird nice. Wird richtig nice. Ich habe richtig Bock auf den schönen schwarzen Humor. Auf den Richard, der auch noch eine Gastrolle hat. Ganz kurz mal. Wird nice. Ich freue mich schon drauf. So, was mache ich jetzt mit euch noch? So, ist fast keiner mehr live. Außer, das Mauer. Bisher war es. Wir raten jetzt heute einfach mal Twitch Clips Germany. Wir sind mal so frei. Der einzige, der noch live ist. Kommt also noch gerne mit rüber. Er bewertet jetzt noch ein paar Clips. Und wir sehen uns dann am Dienstag wieder. Dienstagabend, 19 Uhr. Mit dem Finale vom Bussimulator. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Vielen Dank für den geilen Abend. Macht's gut. und bis bald. Tschüssi. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018